Schneller geht es nicht mehr. Alles gut. Ich komme auch langsam, das Alter. Es war schon fast zu schnell, um auf die Holzwelle zu kommen. Es war schon fast zu groß. Sauerei, aber wieder in zwei gänge leichter macht sich ganz gut bei dem rote strecke eine rote downhill strecke und der Emil ist gerade mal sieben jahre alt der knackt hier wurzeln runter die sind größer als der Emil seine Räder und er macht es trotzdem der Emil fährt sich mal langsam herunter so 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 genau super gemerkt das hier ist eine strecke eigentlich für Papa ist ein großes rotes super gefangen es biegt ja gleich vor dem weißen Band einfach gerade runter hier runter genau so mega geil ja 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 ja